So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Roach Legacy. Heute auch endlich mal in der fucking epic Steam-Version. Habe ich jetzt endlich mal hinbekommen. Joa, wir hatten so gut wie alles Geld ausgegeben letztes Mal, was wir hatten. Und wir können jetzt mal... So, ich habe einen drüber sprungen. Wow, ich bin so geil. Warte mal, Zauber, warte, 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 was kann der Zauber? Ah, das war dieser, der unkontrollierte Dingens. Ja, auf jeden Fall geil. Äh, lol. Äh, wir haben nicht viel Leben, aber eigentlich viel Mana. Ich habe immer noch Staub im Mund. Weil ich eben meine Festplatte mal wieder irgendwie so ein bisschen ein paar Macken gemacht hat. Das wird ja irgendwie langsam auch zur Gewohnheit. Heilige Scheiße, Junge. Was ist da los? Äh, so. Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, weil ich mein Mikrofon hier so scheiße stehe. Da pelt mir gerade auf. Moment mal, ich... Ah, dieses Kabel. So, warte mal. Müssen wir mal hier drum machen. So. Ah, ich müsste das vielleicht mal anders machen irgendwann. Naja, irgendwann. Und lass mich hier mal ein bisschen höher, Mann. Kommt ja gar nicht. Kommt ja gar nicht klar. Jetzt sollte ich das noch einfach das Fenster mal oder das Mikrofon hier ein bisschen hinstehen. Ah ja, jetzt sehe ich das Fenster auch besser. Puh. Ach so. Die ganze... Ich frage was, hier brauchen wir ja keine Maus. Ich habe ja die Maus hier gar nicht mehr in Berührung. Jetzt wusste ich, dass das lebt. Aber wir kriegen ja Gott sei Dank jetzt mittlerweile ein bisschen HP von den Bildern. Eigentlich von allen Gegnern. Zwar nur zwei, aber das können wir ja noch ein bisschen erweitern. So. Äh, müssen wir mal gucken dann. Äh, nein. Ich will runter. So. Komm ich da hin raus? Nö. Dammit. Gott dammit. Ja, leg mich doch, Mann. Ist hier noch was? So. Dann können wir auch noch ein bisschen HP. Puh. Dam, dam, dam. Haha. So. Wupp, wupp, wupp. Eeeh. Wow. Was ist da los? Na, ich bin jetzt reingekommen. Haha. Ja, jetzt kriegen wir auch Errungenschaften. Ist doch voll geil, Mann. Oh, man sieht die irgendwie gar nicht. Open Broadcaster. Moment. Ist kein Moment. Moment. Explorer, Roach, Legacy, nein. Steam. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Vielleicht, vielleicht muss ich das nur so überblenden, damit er das mit aufnimmt. Ich weiß es nicht. Oh. Ähm. Müssen wir mal gucken jetzt, weil irgendwie hat er gerade die Errungenschaft, ich glaube im Video nicht angezeigt. Vielleicht irre ich mich auch. Kann sein. Weiß ich aber nicht gerade. So, dude. The Paladin. The Paladin. Yes, I did. The Paladin. The Paladin. Ne, man sieht das echt nicht Ist ja ein bisschen Schade Ich probier grad Ich probier grad ein bisschen was, nicht wundern Ist ja sehr strange Ich könnte mal Warte mal, ich mach grad mal ein bisschen live hier was Mal einen Ausschnitt wählen Ich seh grad nur so dieses leere Fenster Dürfte sich aber gleich Ändern So Und dann so Wieso macht er das denn jetzt nicht Videoaufnahme Position am Bildschirm Ah, okay Jetzt kann ich hier auch Huch, jetzt ist mein Desktop wieder da Na super So Jetzt haben wir das Spiel wieder eingeblendet Jetzt können wir weitermachen Ah, ja, okay Jetzt leckt auch das Spiel Schöne Scheiße Okay, wir gehen wieder raus Gehen wir da rein Ist ja egal Sieht man halt die Errungenschaften Ich leck mich doch Äh, 149 Gold Damit können wir gar nichts anfangen gerade Haben wir nicht eben auch so viel Ich weiß es gar nicht Na gut, dann sieht man halt ein bisschen So ein bisschen das Ding jetzt Die Overlays nicht Ah, ich kann ja die Errungenschaften vorlesen Das kann ich ja Moment, ich muss ja nochmal raus So Ja, gut Dann nochmal wegen der Aufnahme gucken Aber es ist alles gut Hm Wir machen wieder ein bisschen mehr Schaden Na komm Das gefällt mir eigentlich ganz gut Wir haben Alter Paladin ist eigentlich ganz geil Wir machen viel Schaden Haben viel Leben Hm Und kriegen ja noch durch den Vampirismus So nenne ich das jetzt mal auf Deutsch Oder Vampirism Äh, kriegen wir ja auch noch gut Leben Und da Im Prinzip Äh, ja Ist ganz geil Komm schon, schieß Ah 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 Huch Ui, bisschen Gold Ah, nicht so viel Müssen wir mal gucken Dass wir die Runde ein bisschen was abstauben Ich mein, stark genug sind wir ja Theoretisch Ach du Scheiß, Mann Ah Scheiße hier Ich komm da nicht hoch Ich komm da nicht hoch Ohne Ohne Witz jetzt Ohne Witz Ich komm da nicht hoch Lol Was ist denn das für ein Scheißraum Ja, lass dich doch Hallo Leck mich Ich geh hier einfach raus Oder auch nicht So Machen wir noch ein bisschen HP wieder zurückbekommen War trotzdem scheiße So So Das ist kein Mensch Muss mich hier mal grad ein bisschen Zurechtfinden So So Und so So Ja War ein bisschen fail Aber ich weiß Aua So eine Scheiße, Mann Ich hasse solche Räume, Junge Ich hasse solche Räume Habe ich das nicht gerade ausdrücklich gesagt? So Wupp 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 Hey, coole Scheiße, Mann Ja, komm hier Gib mir die Hälfte meines Goldes weg Und dann krieg ich hier die Scheißkiste Jeha So Aber hier war ich ja mal hier Geil, ne? Junge Was ist da los? Oh Gott So, war echt knapp gerade Aber ich bin ja ein smarter Fuchs Und hab ja direkt reagiert Ein smarter Fuchs ist auch gut Muss ich mal merken Äh Tische hier noch kaputt machen Da war nichts drin Oh, da ist noch eine Potion Wo geht's denn hier hin? Ich will hier raus Aua Na komm her So Haben wir den Wupp Ein Indianer kam nach Amerika Was? Was? Was glaube ich für eine Scheiße hier? Ähm Ah, ich hatte diese Gegner hier Seriously 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 Halt die Fresse So Äh Haben wir den Ne Nein Warum immer so scheiß Gegner? Nein Nein Geht tot So Zwei HP noch bekommen Aber das bringt mir ja gar nichts hier eigentlich Alter wird mir so drückgeschlört, Junge Das nervt Tierisch Ja, ich lauf rein Okay Wir sind gelaufen Hat das jemand mitbekommen? Habt das gesehen? Äh 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 B-b-b-b-b-b-b 892 Gold Okay Jo, wir sind winzig Äh Mhm Mhm Bloodchest Plus 1 Vampirism Wait Ja, das ist immer ein bisschen langsamer Ist auch nicht so schön Ach, wir nehmen den einfach mal Vampirism Rune Obwohl, es geht eigentlich immer noch mit der Geschwindigkeit Aber das ist auch, weil wir winzig sind Naja Aber dann kriegen wir am wenigsten noch ein bisschen mehr AP Wenn wir Gegner töten Bam Bam Na komm Ich bin grad wirklich, ich hätte noch Geld ausgeben können, ich Idiot Ah Hilfe Oh, 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 oh Oh, 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 oh So Lebt das Bild? Nö Ist auch gut so Da unten sind noch Gegner oder nicht oder ja oder nein Ja Ups Ja, 4 HP kriegen wir jetzt, wenn wir Gegner töten Das gefällt mir ja schon mal ganz gut Wir gehen erst da Als erstes lang hier oben, glaub ich Ah, ich muss mich jetzt am Auskratzen Und genau dann kommt hier so ein Gegner, Mann Ah So Hm Ich hol den Gegner Das Bild wackelt Oder ist man Critical Wicke Hier gibt's eine Story Aber jetzt nicht so wichtig unbedingt Also, es ist schon Schon ganz lustig, aber Naja Ja Ein Ritter fährt im Hühnerstall Motorrad Wie viele von den Gegnern, Junge? Was ist da los? Aua. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So. Alter. Wie hier einfach mal 500.000 von den Gegnern drinstehen. Lol. Ähm. Nein. Ach, egal, Mann. Komm mal runter. Warte. Wacht mal hier noch was. Ne. Ne, 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 ne. Ne. Ah. Ich bin gestorben. Oh Gott, war das laut gerade. So, Hokage. Fast Hero, die Master sind, but you cannot... Crit. Crit. Kann man nicht. Risky Hero, sont馬iner, mhm, mhm, mhm. knave 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 damit evicke gives humana 344 gold hilft uns nicht weiter unbedingt kann die hier noch was dd 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 nein hano plus 1 von prism das wird zu 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 das wäre zu fett dann weil dann könnten wir nicht mehr rennen oder weiß ich gar nicht ich denke schon wird er bestimmt nur noch so gemütlich durch die landschaft schlendern so mal sehen wir hier sterben wir haben ja noch 120 hp lalalalalala das ging eigentlich ja so achso das ging mhm ddp 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 akuaa bist du denn doof so also als jetzt aber echt mal hier wo wir nochmal hier keine sagen ddp 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 dda Boah, das war aber jetzt, ne? Das war aber... Naja, geskillt war es nicht gerade. Aber naja. So, der ist tot, tot, tot! Und verderben. Nein! Ich wollte doch nicht runterfallen. Ich komm da nicht hoch. Lol. Ich komm da echt nicht hoch. Also, jetzt bin ich eh nicht hochgekommen. Jetzt bin ich ja schon oben, aber... You know what I mean. So, halt die Fresse, Mann. Ich hasse dich. Du Penner. Gibt's ja wenigstens Gold. Naja, 100 Gold. Dafür hat sich das ja voll gelohnt, fast zu sterben. So, raus hier. Jaaaa! Nein! Ich bin noch mal gestorben. Nein! Nein, verdammte Scheiße! Oh, Mann! Scheiße! Das war grad echt geil, irgendwie. Gute Leute, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Roach Legacy wieder. Roach Fail. Tschüss! Met's. Genie.